Ich hole jetzt der einzig wahre Jugo Bralle ab. Das ist mein Jugo Bralle. Schlechtes Wetter ist so eine Ausrede, die wir immer machen, auch wenn es Kackwetter ist, vor allem dann. Ich habe schon so ein Turnier, gell? Ich frage, wieso, wieso, wieso POV? Geht jetzt ein Schuss aus, ne? Ja, ich habe schon eine Ausrede. Das ist mein Jugo. Die Runde sind auf der Schlechstücke. Das war schon schnell. Ich habe hier einen Schlag von Takt. Genossen! Uuuuuhuuhu! Jawoll! 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 sind jetzt vorbei, ich habe da nicht so viel gefilmt, weil ich halt mit dem dritten jetzt arbeiten, hier ist Oliver. Arbeit durch, es war so geistkrank voll. Jetzt Essen bei Mama. Schiffchen, Pizzaschiffchen. Was Blau Adria? Was Blau Adria? Was Blau Adria? Was Blau Adria? Frisches! Nein, man nimmt den Großmarienöl. Boah, ölig! Röhren ist immer mehr drin. Feine Sand aus dem Wattenmeer. Darfst du das überhaupt? Klar. Warum juckt es die Bewohner? Wer soll ich beschweren? Ich? Sie sagt einfach, sie hat... Ja, stimmt. Die geile Verbrecher! Was ist die Bewohner? Ja, genau. Nein, das ist. Tömer, das ist. Man hat sich jetzt eine Ecke, die Bewohner für eine Ecke. Ist das nicht in der Ecke. Oh nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jänner, das ist das nicht. Die Ecke ist das nicht in der Ecke. Das ist unterrated, Gözlemme, was ist das? Einfach Teig mit Spinat, so Pizza-Tasche mäßig. Wenn das alles schmeckt, dann passt das. Krass, aber heiß. Geil. Gut. Happy Birthday to you. Ikki dodo. Stark. Das ist wie wenn ein Flugzeug landet. Mein Bruder hat mir schon Geld geschenkt dieses Jahr und dann kam ich rein und er hatte vorhin diese Hose an. Aber irgendwie sieht die bei mir auch sehr cool aus, deswegen gehört die Hose jetzt auch mir. Ja, Mann, Alter. Richtiges hergehen. Roman & Kareem. Das ist nochmal Roman & Rake und da-da-da-da-da-barocado. Hi! Hi! Digga, wieso ist mein Unterarm so auf Pump? Junge. Ich mach jetzt ein mieses Brownie-Rezept. Ich mach jetzt ein mieses Brownie-Rezept. Mann, Digga, wow. Juck mich nicht. Ich bleif halt am Ende des Tages immer ich selbst. Ich bin jetzt ein mieses Abfall. Mann, E-A-T-A. Mann! 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 Mann, Mann! 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 Mein Freund, mein Freund, vielen Dank. Danke an mein Freund, Jan.